Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 3. Ja, wir haben zuletzt hier aufgehört. Eins vorweg, ja, ich hab... Ist mir beim Schneiden so richtig aufgefallen. Ich hab ziemlich lange darüber gequatscht, wann ich wieder aufnehmen werde. Für euch kann das ja eigentlich egal sein, weil... Bis ihr das seht, also... Hab ich höchstwahrscheinlich schon wieder einen Puffer von, keine Ahnung... Ein bis zwei Monaten, also, ja. Ja, heute, der aktuelle Aufnahmezeitpunkt ist Samstag, der 25. Januar, 20.17 Uhr. Ja, also, und wenn ihr das seht, da ist es schon bereits, äh, März, ja. Mitte März, glaube ich, sogar schon. Ja, ich glaube, ja, der 16. März müsste sein. Ich glaube, das letzte Video, was hochgeladen war, äh, war vom 15. März, ja. Ja, und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das seht, beziehungsweise wo das Video freigegeben wird, äh, hab ich höchstwahrscheinlich schon wieder einen Puffer von ein bis zwei Monaten, ja. Ja, so. Ich hab nur mal geguckt, ganz so lang ist es nicht. Ich dachte, es wären 24 bis 26 Kapitel. Äh, ja, es sind doch weniger, ja. Aber ich wusste jetzt nicht, wie viel... Wie sollen wir denn da runterkommen? ...unter wie vielen Kapiteln es unterteilt ist. Es ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt kürzer ist, als ich dachte. Ich dachte bloß, es gibt halt, äh, noch mehrere Unterteilungen. Ja, hier haben wir nochmal direkt einen Schatz gefunden. So, da müssen wir jetzt andersrum, oder anderslang. Ja, ich hatte gesagt, hier Samstag wird wahrscheinlich nicht aufgenommen, aber mein Plan hat sich etwas geändert. Ja, gestern hatte der Dennis gestreamt, da hab ich nicht aufgenommen, sondern hab den Stream geschaut. Ah, stimmt, hier war auch noch ein Schatz. Das ist auch ein gutes Versteck. Mugen, hab ich Mugen aufgenommen, weiß ich noch nicht. Mein Kollege kommt zu mir und, äh, wird mein Rechner ein bisschen aufgerüstet, äh. Und, äh, gleich ein neues Betriebssystem drauf gemacht, äh, ja. Ja, und dann bin ich halt wieder auf dem aktuellsten Stand. Und, also, weil, also nicht, nicht technisch, sondern, äh, ja, ich hatte vorhin noch Winter 7 und jetzt hab ich, jetzt krieg ich da 8, äh, 10. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. sauber? Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Oh, Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Windows 10 habe ich jetzt demnächst. Ja, ab hier wird's jetzt etwas Das ist... ...verrückt. Na, komm. So, den hätten wir hier. Ui, erstmal kurz in Deckung. Na, komm, komm. Komm, ob es was stärker ist. Ah, ich nehm mal... Die Waffe... ...zwar jetzt nicht wirklich stärker, aber... Ah, komm. Ich weiß nicht, gab es ja nicht irgendwo einen Granatwerfer? Äh, was? Wo? Ah, stimmt. Die kommen jetzt alle hier raus. Oh, du Frenner. Ja, fuck. Ja, wir sind gleich tot. Ah, komm, mutig aus. Hier haben wir noch einen Schatz. So. Wir haben erstmal die Schroels. Die ist ein bisschen stärker. Ah, geil. Das... Das... Brauche ich. Brauchen wir. Sag mal. Haben wir ihn? Nein, ne? Immer noch nicht. Öffel. Ja, ich wollte schon sagen, wo kommst du her? Aber stimmt, du könntest ja teleportieren. Fuck. Na, ich glaube, bis damals habe ich ja auch eine Weile gehangen. Das erste Mal. So, ich schwöre jetzt erstmal hier... Äh, wo war denn die Panzerfaust? Ähm, Panzerfaust bitte? Ah, okay, hier. Boah. Was? Ja, fick dich. Oh, ja, komm. Ich kann mir gut vorstellen, auf schwer wird das eine ziemlich harte Nuss sein. Sag mal, ich sehe die Typen nicht mal unten. Ey, sag mal, will das Spiel mich jetzt gerade verarschen, oder was? Ja, komm, hoch. Ich bin die Panzerfaust. So. Ah, ist da... Ja, da ist noch nicht tot. Boah, ja, stimmt. Tja, ja, die teleportieren sich, die Typen. So, den hätten wir. So, nehmen wir mal die Schrotz. Nehmen wir mal hier den Revolver, da ist ziemlich durchschlagskräftig. Oh, da ist ja geil, der Revolver. Den hab ich ja sonst eigentlich kaum genutzt. Das ist auf jeden Fall einmal so ruhig. Ist das jetzt... Waren das jetzt alle? Ja, ne, schau mal ab, wie er nochmal hier Granatwerber oder sowas findet. Weil das war nicht die letzte dieser Feinde, sag ich mal so. Ja, hier haben wir nochmal Revolver-Munitionen. Ja, kommt nochmal nachladen. Ja, äh, erstmal wären wir Raketenwerfer doch lieber. Ja, ne ziemliche... Mondfinsternis... Ach nein, Sonnenfinsternis-Zurm. So, ja, normal strebe ich ja eigentlich die Paare an, aber... Bei den Feinden, äh, ist die nicht ganz so geil. Das ist auf einmal so ruhig. Oh, ich hab einen Raketenwerfer, sehr schön. So, ich hau mich trotzdem erstmal weit um. Vielleicht noch einen Schatz, vielleicht noch ein bisschen mehr Munition. Wer weiß. Ich dachte schon kurz, Raketenwerfer, äh... Aber, ja... War doch nicht so. Okay, da würde ich sagen, wir steigen in den Aufzug. Wie gesagt, hier, die, die, die Stadt ist richtig geil gemacht. Dammit, komm sofort zurück, du Mistkerl! Ja, ihr fragt euch sicher, was ist jetzt hier los? Hörst du, du bist tot! Das klärt sich alles noch auf. Komm sofort zurück! Das ist so geil mit der Musik und so. Das ist echt geil gemacht, ey. Was? Wo ist der hin? Das finde ich echt geil. Wo bin ich? Das ist Katharina. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr hier. Ja, wer das Let's Play von Anfang an verfolgt hat, da weiß jetzt, wo wir sind. So ist hier etwas? Nein. Oder wer das Spiel überhaupt schon mal gespielt hat. Was ist los mit mir? Huh? Oh, shit. Oh, nein! Oh, nein! Das ist echt richtig geil gemacht. Das ist nicht echt! Jetzt sind wir auf einmal wieder jung. Ah, ja, ich hab zu spät nichts getötet. Oh, nein! Nein! Ach, stimmt. Wir haben sie... Was? Oh, nein! 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 Geh weg, bitte. Oh Mann. Oh nein, was ist das? So, ne, ich will mich trotzdem umschauen, ob es hier etwas gibt. Okay, vielleicht sollten wir erstmal den eigentlichen Weg gehen. Alles, alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein! Kein Nicht. Was geht hier vor? Das finde ich echt cool gemacht. Hier lag doch irgendwas. Ah, okay. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Oh nein. Hier. Ich bring sie um. Ja, komm. Oh nein. Oh nein. Ja, das war jetzt blöd. Ich habe viel zu spät reagiert. Ich war jetzt so geil drauf, die Granate zurückzuschmeißen. Aber wir waren zu weit weg. Aber ich wollte irgendwie auch gar nicht aus der Decke raus. So. So. Und jetzt schmeißen musste zurück. So. So. So!!! So. Ja, wir laden nochmal nach. Ja, ich habe das in der einen Traumsequenz schon mal gesagt. Ich habe mich damals auch gewundert, wie sie das so gemacht haben, dass das so alles verschwimmt und so halt. Ob die das irgendwie animiert hätten oder so, das wird mit einem Material gemacht. Es ist ja nicht mal wie früher, wo du sozusagen einfach nur Texturen drauflegst, sondern du erstellst da direkt richtige Materialien halt und da besteht so eine Textur beziehungsweise so ein Material aus mehreren Texturen. Zum Beispiel eine Texture für halt das Aussehen und dann eine, die halt die hat so einen Plauton, nennt sich Schnurmelmap, die total die Rauheit und sowas machen. Dann gibt es noch verschiedene Maps, die man da halt machen kann, halt ja, zum Beispiel halt, dass die sich verbromt oder sowas halt, ja. Und diese Bewegungen werden halt auch im Material direkt, äh, also entstehen auch direkt im Material, also werden im Material selbst gemacht. Also das ist jetzt keine Animation oder so direkt. Also nicht im eigentlichen Sinn. so, die Tür ist aufgegangen, ich schaue erst mal ganz kurz hier. Obwohl ist nichts. Ich habe es heute mal. Fuck, 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 fuck. Boah, ich habe aber noch abgedrückt. Oh, jetzt hätte ich bald... Ja, sorry, falls ihr das jetzt irgendwie gehört. Ich habe jetzt fast mein Headset runtergerissen. Haben wir jetzt den einen Schatz? Ja, ich gehe jetzt nicht mal zurück. Äh, euch zuliebe. Nicht, dass ich das, äh, jetzt übelst in die Länge ziehe. Ja, ich war am Kabel hängen geblieben. Deswegen hätte ich jetzt bald mein Headset runtergezerrt. Okay, äh, das scheint voll zu sein, die Waffe. Aber es hört langsam auf. Oh, ein Raketenwerfer. Ich weiß nicht. Ja, der ist ein bisschen stärker. Wir nehmen Raketenwerfer, der ist auch ein bisschen präziser. Äh, zwei Schuss sind halt zwei Schuss, also. Also ich meine, es sind ja auch bloß zwei Schuss so rum. Ah, die Stelle, die jetzt kommt, da habe ich damals echt eine Weile gebraucht. Ach, komm. Ja! Ich sollte wahrscheinlich irgendwie mal mein Kabel ein bisschen anders legen. Der lebt immer noch. Was? Was ist denn hier los? Schießen die jetzt durch den Grund durch? Ich meine, der ist ungefähr meine Höhe. Und wir haben ja gesehen, woher, äh, äh, die, die Schüssel kamen. Ja, ja. Ich muss raus. Ich muss raus. Ja, da kommt. Ja, das ist ja gut. Was? Ja, der stand irgendwie neben uns. Ey, so, ich kann so gar nicht reagieren. weil das, das Ding ist, die können ja überall aufhauen. Das ist halt das Klubbe. Ja, komm. Position. Ja! Mann! Was wechselt denn da einfach hier zu, zu Dings? Ja, ne, klar, weil die Waffe leer war, aber ich wollte das nicht. Die Stelle, die ist, die ist wirklich, die ist wirklich kacke. Ja! Ah, komm. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ins Leere geschossen. So, den hätten wir. Irgendwo ist schon was warten lassen. Achso, das war jetzt bloß nach Revolver. Also, was heißt bloß da? Scheint es relativ gut zu sein. Okay. Reiß dich zusammen, ey. Komm, schau.